Ich träume jeden Tag von meiner Schwester. Vor 15 Jahren wurde Pauline ermordet. Du bist so besessen von Mopans Schuld, dass du es nie hinterfragt hast. Kein einziges Mal. Ich habe heute Morgen zwei Frauen mit dem gleichen Gesicht gesehen. Zufall ist das nicht. Wie, du denkst, dass sie allen das Gesicht von sie sammeln? Ganz genau. Ich habe den Mauder gesehen. Hast du Angst vor mir, Cathy? Ich weiß nicht, warum sie das getan haben. Tun Sie ihm bitte nichts an. Siehst du nicht, dass du deine Schwester zum Fein bringst? Hör auf! Woher wissen sie, dass die sie freilassen werden? Er wollte eine Expertise, welcher Art? Er hatte Zweifel bezüglich der Echtheit. Dein Vater ist tot. Lili Garnier ist tot. Du bist in Gefahr, wenn du recht hast. Du hast albträume Halluzinationen. Was willst du mir denn damit sagen? Du hast uns beschwatzt, das Haus zu kaufen. Wieso? Was redest du da? Die kleine Lisa ist wieder da. Ich weiß, wer du bist. Hallo, Fester. Er wird mich umbringen. Helfen Sie mir. Eine junge Frau ist in den Händen eines Psychopathen und mit ihrer Ironie reicht es jetzt. Du wünschst die Wahrheit? Das ist nicht möglich.